Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter bauen, nehmt die Gewehren, nehmt die Gewehren zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Vorhäuber her, setzt alle Herzen in Kraft. Ganz neue Noten wandern der Allwein auf jeden anderen, auf jeden Verpflicht. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt die sozialistische Weltrepublik. Zerschlagt die faschistischen Vorhäuber her, die sozialistische Weltrepublik.